Yo Leute, alle 24 und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Leute. Heute, wie gewünscht, zur Bronzeback Methode. Ich erkläre euch, wie man die macht. Und zwar ganz fix erklärt Leute. Ich habe das Video quasi jetzt im Nachhinein nach meinen Rewards aufgenommen und Bronzeback Methode schon auf dem Handy aufgenommen und gespammt. Und wir haben hier ein 90er Walkout gezogen, den ich leider nicht abstoßen kann und den ich wiederholen kann. Deshalb, ja, kurze Erklärung und dann gehen wir aufs Handy und ziehen dort die Packs. Und zwar, ihr zieht einfach für, sagen wir mal, 20k einfach Bronze-Packs. Diese Bronze-Spieler, die ihr bekommt, ihr bekommt pro Pack 4, 5 Spieler, manchmal auch nur 3 Spieler. Diese gebt ihr in die Bronze-Upgrade-SPC ab. Hier müsst ihr 11 Bronze-Spieler abgeben Leute und bekommt hier einen doppelten Silber-Set, wo ein seltener Spieler drin ist und ein Non-Rare. Dann, je nachdem, wie ihr Bock habt, entscheidet ihr euch dafür, ob ihr die Non-Rare-Spieler in diese Silber-Upgrade-SPC reinpackt und bekommt 3 Non-Rare-Gold-Spieler und die selten dann halt hier in die Icon-SPC beispielsweise, wie ich ja schon im letzten Video gesagt habe, beispielsweise hier bei NetWet oder so. Und dann bekommt ihr kleine Silber-Spieler-Sets, die ihr verkaufen könnt und später dazu noch mehr. Auf jeden Fall gebt ihr diese dann ab. Wir haben zum Beispiel 1.700 Coins-Spieler gezogen aus den Trade-Sets und konnten so mehr Bronze-Packs öffnen. Generell lässt sich halt sagen, man macht nicht unbedingt viel Minus, aber wenn man Glück hat, macht man sogar Plus. Also Plus, Minus, Null landet man eigentlich immer am Ende. Das heißt, 20k öffnen, bekommst du die 20k wieder raus, aber kannst dann auch voll viele Packs spammen. Ja, wie gesagt, ihr gebt dann die Silber-Spieler, je nachdem, wie ihr euch entscheidet, könnt ihr auch hier die seltenen Spiele abgeben, geht natürlich schneller. Macht aber dann wahrscheinlich weniger Coins und gebt es dann dort ab, bekommt 3 gewöhnliche Gold-Spieler. Und ganz einfach, wir haben hier noch die Upgrade 2.8-88-SPC, dort gebt ihr dann 9 Stück ab. Das heißt, ihr müsst erstmal 33 Silber-Spieler abgeben und es dauert ein bisschen, bis man die ercraftet. Dann, ja, gebt die hier noch ein Stück ab und später im Video öffnen wir nochmal 4-5 Stück, die ich mir ercraftet habe und seht einfach selbst, was die gezogen haben. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, Leute, bleibt dran, es lohnt sich. Wir haben Plus gemacht, wir haben dickfett Plus gemacht, Leute, wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe. Und, ja, so könnt ihr die ganzen Packs spammen. Mal gucken, was heute um 19 Uhr kommt. Vielleicht gibt es dann nochmal Packs oder Picks, wo man seltene Spieler abgeben kann. Da könnt ihr die ganzen Non-Rash-Spieler ein Gold-Upgrade-Set öffnen und auch so craften. Dauert halt ein bisschen länger, aber, ja, Pack-Rate ist meistens besser bei den Picks. Und ich würde sagen, Leute, genug geschnackt. Wir gehen rüber aufs Handy, wir öffnen dort die Packs im Schnelldurchlauf und dann hören wir uns am Ende wieder, Leute. Macht's gut, habt Spaß. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Schnelldurch. Schnelldurch. Und ja Freunde, wie ihr schon bereits auf den Aufnahmen gesehen habt, leider vom Handy aufgenommen, haben wir jetzt genug Spieler, genug Non-Rail-Spieler, habe ich euch jetzt rausgecuttet, habe euch nur gezeigt, wie es geht, aber werde jetzt nicht den ganzen Prozess zeigen, wie ich die ganzen Packs ziehe, weil das dauert schon ein bisschen länger. Und Rewards haben wir auch noch geöffnet, Leute, würde ich sagen, bereite ich jetzt ein paar Packs vor. So, okay, der erste ist da. Yago Aspas. Nein. Würde ich glaube ich nicht spielen. So, nächster. Und letzter ist, komm, dann nehmen wir den mit. So, Leute, easy, vier Packs vorbereitet. Der Verein ist leider auch leer. Wir gucken mal, was wir ziehen. Der geht durch, der erste geht durch, sehr gut. Brasilien, ZIV, 85er, nee, der gute Felipe, 84, schon mal sehr, sehr gut, Leute. Und, äh, ja, wenn wir jetzt zwei, 83er ziehen, können wir gleich noch das, äh, doppelte 83-Plus-Pack vorbereiten. Wir gehen direkt weiter ins nächste Pack. Komm, EA, gönn mal ein Walkout, geht auch durch, sehr schön, Back-to-Back-Durchläufer. England, rechte Träger, Kyle Walker, Kyle Walker, schade, Trippier. Der erste 83er, den wir abgeben können, ist so in Ordnung. Kommt in unser Verein rein, und, äh, ja, vorletztes Pack, rein da. Komm, gönn mal ein Walkout-EA, mit dem Schreuen. Leider kein Walkout, auch kein Durchläufer. So, ein 83er wäre noch schön. Wir ziehen den Baumann. Und wir gehen rein ins letzte Pack, auf geht's, EA. Gib mir ein 83er, oder ein Walkout wäre sehr schön, schade. Und auch kein 83er. Dann würde ich sagen, Leute, mach ich kurzes, äh, Doppel 83-Plus-Pack. Und, äh, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, wir sind hier beim, äh, 2-Setten 83-Plus-Spieler-Set, Leute. Ohne viel zu schnacken, würde ich sagen, ja, müssen wir noch, äh, den Blind zuweisen. Easy. Ich würde sagen, Leute, wir öffnen es, let's go. Controller wird hingelegt. Auf geht's, EA. Walkout muss sein. Walkout ist da. Und wir ziehen Brasilien-Nehmer. Wir ziehen Alisson, let's go, Leute. 90er Alisson. Und damit hat sich das doch schon gelohnt, Leute. Wie ich es euch gesagt habe, Braunspieler-Methode lohnt sich, Leute. Let's go, Alisson, doppelt leider. Vielleicht ist noch was dahinter. Komm. Let's go, 85er, Leute. 85er. Was habe ich euch gesagt, Chat? Let's go. Rein da. Leider Alisson, untauschbar. Let's go. Und ja, Leute, das war es soweit mit dem Video, Leute. Ich habe mir noch ein paar Goodins erboten. Die sind sehr günstig gerade. Und Braunspieler-Methode lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Falls das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da, Leute. Ich will nicht zu viel schnacken. Das Video ist schon lang genug. Macht's nach. Es lohnt sich. Wir haben 92er Alisson gezogen. 85er, 84er gezogen. 88er Handanovic gezogen. Leute, aus 30, 40k Münzen. Das ist schon ein Big Win. Das ist gratis. Geschenkt ist das. Let's go, Leute. Lasst ein Like da. Kommentieren nicht vergessen. Teilt es wieder mit euren Freunden, Leute. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao, ciao.